Die Weltuntergang So war es in dem Film Deep Impact nur noch eine Sache von wenigen Sekunden und die Welt verschwand. Am Ende dieses Jahrtausends scheint das Thema Weltuntergang für viele Menschen wieder interessant zu werden, wobei man die Frage schon mal stellen sollte, wieso denn eigentlich ausgerechnet der Kalender von einer Bevölkerungsgruppe auf der Welt, ungefähr einem Viertel der Bevölkerung, für den Weltuntergang zuständig sein soll. Es gibt ganz andere Kulturen auf der Welt, die haben ganz anderen Kalender und deren Weltuntergang ist schon lange her. Aber sei es drum. Gerade in dem Film Deep Impact geht es darum, dass ein Asteroid auf die Erde einschlägt. Und so soll das Thema heute sein. Sind Asteroiden wirklich Bomben aus dem All, die das Leben auf der Erde völlig zerstören können? Wo kommen diese Körper her? Haben wir eine Chance, diesen Katastrophen zu entgehen? Oder sind wir dem Kosmos hilflos ausgeliefert? Es gibt ganz verschiedene Himmelserscheinungen, die mit Asteroiden zusammenhängen. Eigentlich kann man sagen, Asteroiden sind winzig kleine Staubkörnerchen bis hin zu riesengroßen, kilometergroßen Gebilden. Tatsächlich aber hat es sich bei uns eingebürgert, dass diese kleinen Staubkörnerchen, die wir als Sternenschnuppen sehen, wenn sie in die Atmosphäre eintreten, dass wir die als Meteoriten bezeichnen. Das hat was mit Meteorologie zu tun, mit einer Wettererscheinung. Meteoriten sind eigentlich alles Objekte, die irgendwie auf die Erde runterfallen. Danach gibt es noch die Kometen. Das sind die sogenannten Schweifsterne. Kometen kann man sich merken, kommen und gehen. Einige davon wenigstens. Den Hellekomet zum Beispiel haben wir gesehen, beziehungsweise den Kometen Hellbob, dessen riesiger Schweif wunderbar am Himmel zu sehen war. Und diese Himmelserscheinungen, die unterscheiden sich ganz wesentlich von den großen Asteroiden. Wenn wir in die Nähe von großen Asteroiden kämen oder die vor allen Dingen in die Nähe von uns. Bei den Asteroiden, da geht es wirklich um riesengroße Klumpen. Angefangen von einigen hundert Meter Durchmessern bis zu einigen Kilometern. Und wenn so ein Asteroid die Erde träfe, dann wird natürlich in Abhängigkeit von seiner Masse eine riesige Energie freigesetzt werden können. Und man muss sich fragen, kann das passieren? Ist es schon mal passiert? Und was können wir dagegen unternehmen? Die Kometen, das sind diejenigen, die wir am besten am Himmel erkennen können, weil wenn sie in die Nähe der Sonne kommen, und dann fängt der Sonnenwind an und verdampft ihre Oberfläche und sie bekommen diese ganz langen Schweifschwänze. Und man kann sie sehr gut sehen, sie werden dann immer heller und heller. Und wenn sie zu nah an die Sonne geraten, dann können diese Kometen, die ebenfalls auch von einigen hundert Metern bis zu einigen Kilometern Größe haben können, dann können diese Kometen aufgelöst werden in Einzelteile. Sie streifen dann durch das Sonnensystem und während alle anderen Körper im Sonnensystem, die großen, nämlich die Planeten, fast kreisrunde Bahnen haben, haben Kometen sehr stark elliptische Bahnen. Das heißt, die kreuzen unter Umständen auch mal die Ebene des Sonnensystems gewaltig, rasen also von oben nach unten durch oder haben sehr, sehr verzerrte Bahnen. Und das hängt alles sehr stark damit zusammen, an welchen Planeten sie vorbeirauschen. Der Jupiter zum Beispiel hat eine ganze Asteroidenfamilie um sich herum gesammelt. Gott sei Dank, kann ich nur sagen, denn wenn der nicht da wäre, dann hätten wir wesentlich häufiger Einschläge auf der Erde. Ich glaube, es ist heute jedem Kind klar, es ist inzwischen so oft durch die Comics gegangen und durch so viele Filme gegangen, dass die Dinosaurier ausgestorben sind, weil ein riesengroßer Asteroid eingeschlagen ist. Das ist 65 Millionen Jahre her und seitdem scheint nichts Wesentliches mehr passiert zu sein, was den Asteroideneinfall betrifft. Als die Dinosaurier noch vor sich hin grunzten und der Tyrannosaurus Rex versuchte, das ein oder andere Getier seiner Familie da irgendwie umzubringen, da schlug ein mindestens ein bis zwei Kilometer großer Brocken ein, dessen Sprengkraft alles überstieg, was von Menschenhand heutzutage an Explosionskraft freigesetzt werden kann. Die Hiroshima-Bombe hatte 20 Kilotonnen Sprengkraft. Ein großer Asteroid hat 100 Millionen Megatonnen Sprengkraft. Das heißt, wenn er einschlägt, dann würde er wirklich alles vernichten, was auf dieser Erde kreucht und fleucht. Es würden ungeheure Wasserwellen freigesetzt werden, es würde wahnsinnig viel Staub in die Atmosphäre gedrückt werden, was naturgemäß dazu führt, dass das Sonnenlicht natürlich abgeschirmt wird. Es kommt gar nicht mehr durch. Mit anderen Worten, es gibt einen Winter, es wird lange kalt und alle Tiere, die irgendwie einen vernünftigen Wärmehaushalt haben, vergehen. So ist es damals passiert offensichtlich. Es hat eine Weile gedauert. Aber dieser Einfluss von einem Einschlag ist absolut eindeutig. Wir kennen ein paar Krater auf der Welt, die danach entstanden sind. Die also nicht 65 Millionen Jahre alt sind, sondern jünger. Und das sind Einschlagskrater von kleineren Körpern. Die haben offensichtlich nicht dazu geführt, dass irgendetwas ausgestorben ist oder es gab zumindest keine großen Aussterbewellen. Und so gesehen gibt es also eine ganz unterschiedliche Möglichkeit für Asteroiden, auf einen kosmischen Körper wie die Erde einzuwirken und auch auf das Leben einzuwirken. Nun, was passiert momentan? Wir haben durch die Astronomie der letzten 100, 200 Jahre zum ersten Mal die Möglichkeit, Asteroiden schon lange im Vorfeld zu sehen. Wir sehen praktisch die Projektile auf uns zukommen und können ausrechnen, weil wir die Gesetze der Himmelsmechanik kennen, ob diese Kugel uns trifft oder ob sie an uns vorbeigeht. Die meisten Asteroiden, deren Bahn kann man gut berechnen. Wir müssen einfach ein paar Mal die Bahnelemente messen. Wir müssen messen, mit welcher Geschwindigkeit fliegt er von wo, wohin. Dann können wir sagen, aha, der wird im Jahre 1999, am 4. Januar wird er da und da sein, brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Es gibt möglicherweise ein paar Körper, die ganz nah an uns vorüberfliegen, die so im Abstand Erde-Mond, in einem Abstand von 300.000 Kilometern an uns vorüberfliegen. Aber die meisten Körper, die wir messen können, und wir können sie Gott sei Dank messen, weil wir diese empfindlichen Teleskope haben, die sausen in riesigen Abständen an uns vorbei und sind für die Erde völlig ungefährlich. Diese Asteroiden kommen aus zwei verschiedenen Orten im Sonnensystem. Da ist einmal die riesengroße Ortsche Wolke. Die Ortsche Wolke ist das Gebiet, in dem sich sozusagen der ganze Rest des Sonnensystems versammelt hat und übrig geblieben ist, was nicht zur Planetenbildung verwendet wurde. Die Ortsche Wolke ist in knapp einem Lichtjahr, nur ein knappes Lichtjahr von der Erde entfernt, ein bisschen weniger, und in dieser Wolke sammeln sich alle möglichen Meteoriten, Kometen, Asteroiden, all diese Gesteinsbrocken verschiedenster Größe, und manchmal in dieser Wolke stoßen zwei dieser Körper miteinander zusammen und dann sausen sie in das Sonnensystem zurück. Eine ganz andere Asteroidenfamilie kommt aus dem Jupiter. Der Jupiter hat um sich herum in der Tat eine ganze Familie von großen Brocken angesammelt, aufgrund seiner unglaublichen Schwerkraft. Der Jupiter ist der größte der Planeten. Und um ihn herum sammeln sich alle möglichen Körper an, die von außen die Jupiterbahn kreuzen und sehr nah am Jupiter vorbeifliegen. Jupiter wirkt für uns wie ein Staubsauger. Der saugt die Asteroiden weg, die möglicherweise bis tief in die Erdbahn dringen würden. Und aus diesen beiden Familien laufen nun diese riesengroßen Körper in das Sonnensystem rein. Manche von ihnen sind sehr klein, manche von ihnen sind wirklich sehr groß, also einige Kilometer groß. Und sie streuen an der Sonne vor allen Dingen, sie können dort zerstört werden, und das ist das Gefährliche. Wenn Asteroiden an der Sonne vorbeilaufen und ihre Einzelteile zerfallen, dann ist die Bahnberechnung für diese Einzelteile natürlich falsch. Denn wir haben vorher die Bahn berechnet für den gesamten Kometen oder für den gesamten Asteroiden und müssen jetzt für diese Einzelteile Bahn berechnen. Und das kann sehr häufig zu Unklarheiten führen, aber Gott sei Dank passiert es nicht so oft, dass ein Asteroid wirklich an der Sonne vorbeirauscht und direkt zerrissen wird. Ein spektakuläres Ereignis eines zerreißenden, eines zerrissenen Asteroiden hat sich 1994 abgespielt, nämlich der von Levi Schumacher. Levi Schumacher ist ein Asteroid gewesen, der am Jupiter zerrissen wurde und dessen Einzelteile dann im Nachhinein auf den Jupiter einschlugen. Und wirklich spektakuläre Bilder konnten wir ja seinerzeit sehen von den Einschlagstellen, dass also selbst bei einem so riesengroßen Planeten wie dem Jupiter, der immerhin 300 Erdmassen hat, die Einschlagstellen noch lange Zeit im Teleskop zu sehen waren. So etwas wird uns auf der Erde nicht passieren. Denn wir haben aus allem, was wir wissen, keinen Asteroiden zu fürchten, der momentan eine Bahn hat, die irgendwo in die Nähe der Erde führt. Nichtsdestotrotz sollten wir mit unseren technischen Möglichkeiten es natürlich unbedingt versuchen, weiter zu suchen nach anderen, nach größeren Körpern, die möglicherweise irgendwann mal die Erde treffen können. Im November dieses Jahr wird uns ein Meteoritenschauer ins Haus stehen, die sogenannten Leoniden. Die werden im November 1999 ebenfalls nochmal zu sehen sein. Es handelt sich dabei um den Schweif eines Kometen, Tempeltörtel. Und dieser Schweif hat sich aufgelöst in alle möglichen Einzelteile und die Teilchen dieses Kometen laufen nun auf der Kometenbahn durch. Und alle 33 Jahre kreuzt die Erde diese Kometenbahn und wird von diesen Teilchen, von kleinen Staubteilchen getroffen. Da stehen uns Nächte ins Haus, mindestens zwei Nächte, die 125.000 Sternschnuppen pro Stunde produzieren werden. Wir werden also wirklich ein fantastisches Spektakel am Himmel erleben. Und für viele in der Geschichte der Menschheit, für viele waren solche Meteoritenschauer bereits schon wieder die Anzeichen von irgendwelchen Katastrophen. Die Pest und Kriege und Erdbeben und alles wurde mit diesen Meteoritenschauern erklärt. Die göttlichen Vorwarnzeichen für irgendetwas ganz Katastrophales, was auf die Menschen zukommt. Heute wissen wir, es hat ganz lapidare, ganz lächerliche Erklärungen, dass eben diese kleinen Teilchen in die Erdatmosphäre einfallen und dieses ungeheure Schauspiel verursachen. Die Asteroidenforschung ist heutzutage eine der Säulen der Astronomie geworden, weil es so wichtig ist, den Himmel nach ihnen abzusuchen. Die Gefährdung durch Asteroiden ist zwar nicht groß, aber nur dann, wenn wir mit einem weit verbreiteten Netz auf der ganzen Erde ständig den Nachthimmel absuchen, absuchen sozusagen nach diesen leuchtschwachen Körpern, die sich natürlich kaum äußern. Denn es handelt sich um relativ dunkle, teilweise auch etwas hellere Schneebälle oder Gesteinsbrocken, die durch das Sonnensystem laufen und die nur dann wirklich sichtbar werden, wenn durch das reflektierte Licht, was sie abgeben. Das heißt, wir müssen eine ganze Weile mit unseren Amateurteles, sehr, sehr häufig sind es Amateure, die für die Forschung an Asteroiden zuständig sind. Diese Leute schauen Nacht für Nacht an den Himmel und beobachten Lichtspuren am Himmel, die wir dann wirklich als Asteroiden später kennenlernen und mit unseren großen astronomischen Teleskopen dann verfolgen können. Wir können genaue Bahnbestimmungen machen und auf die Art und Weise feststellen, jawohl, der Asteroid läuft fünf Millionen Kilometer an uns vorbei, müssen wir uns keine Gedanken machen. Für die Astronomie, für die astronomische Forschung, sind Asteroiden aber ebenfalls als Gegenstand unheimlich interessant. Also nicht nur als Gefährdungspotenzial können sie uns irgendwie vernichten oder sowas, sondern sie sind deswegen interessant, weil es der Urstoff ist, aus dem das Sonnensystem gemacht ist. Und man versucht heute, namentlich natürlich bei den Meteoriten, die hier auf der Erde irgendwo runtergegangen sind, herauszufinden, was ist die Zusammensetzung dieser Meteoriten, denn das ist die Zusammensetzung des Materials, aus dem die Erde und alle Planeten entstanden sind. Daher weiß man zum Beispiel, dass die Erde das gleiche Alter hat wie die Meteoriten. Die sind alle von der Größenordnung von viereinhalb Milliarden Jahren. Nun, was kann man tun, um den Einschlag eines Asteroiden auf die Erde abzuwenden? Was kann man dagegen unternehmen? Es handelt sich dabei immerhin um Objekte, die einige Millionen Tonnen groß sind, schwer sind. Und das ist natürlich kein Pappenstiel. Aber es geht, denn die Längenskalen, von denen wir reden, sind Millionen von Kilometern. Die Zeitskalen, von denen wir reden, sind 100 Jahre oder länger, vielleicht sogar 1000 oder 2000 Jahre. Und es reicht deshalb, eine winzige Ortsveränderung vorzunehmen, um einen Asteroiden aus dem Kollisionskurs zu bringen. Das Einfachste wäre, ihn zu bremsen. Um eine Winzigkeit zu bremsen, dann würde er einfach zwei Stunden oder eine Minute später als vorgesehen, die Erdbahn kreuzen und die Erde wäre vorher an den Asteroiden vorbeigezogen. Oder ihn zu beschleunigen. Und er kreuzt die Erdbahn schneller als vorgesehen. Und diese Beschleunigung oder Abbremsung, die sind in einem winzigen Bereich. Also nur einige Meter pro Sekunde wären notwendig, um den Asteroiden wegen der großen Zeit, die vergeht, ihn aus dem Kollisionskurs rauszubringen. Wie geht das? Ganz einfach. Man bringt eine Rakete in den Orbit, nicht in den Orbit, sondern man sollte sie möglichst weit weg von der Erde bringen, sollte sie auf Kollisionskurs mit dem Asteroiden bringen und im richtigen Moment eine Bombe zünden. Es muss nicht mal unbedingt eine Atombombe sein. Eine Atombombe von der richtigen Größenordnung tut natürlich hier einiges, würde dazu führen, wenn man sie vor dem Asteroiden zündet, dass er gebremst wird, oder hinter dem Asteroiden zünden, dass er beschleunigt wird, oder an der Seite wird er ein bisschen ausgelenkt werden. Das würde uns auf jeden Fall erlauben, den Asteroiden aus seiner Bahn zu werfen und vielleicht für ein paar tausend Jahre Vorbereitungszeit dafür zu haben, um sich wirklich darauf einzustellen, dass man ihn an irgendeiner Stelle im Sonnensystem dann in seine Einzelteile zerschlägt. Auf diese Art und Weise brauchen wir uns heute keine Gedanken mehr vor den Bomben aus dem All zu machen. Unser Überwachungssystem genehmigt uns das, dass wir wirklich fast alle Objekte sehen, die einschlagen können. Und so können wir beruhigt einschlafen. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war Klar dass mögen hier Ideen aus dem Eriefungen der mit einem einen Ballière Die Ideen derzeit mit einem